Bergamo Bergamo ist eine Stadt in der Lombardei. Mit dem Flugzeug etwa vier Kilometer südöstlich der Stadt befindet sich der Flughafen. Der Flughafen fertigt jedes Jahr über sechs Millionen Passagiere ab, von denen die meisten mit dem Billigflieger Rainer fliegen. Dieser bietet unter anderem Flüge nach Berlin, Bremen und Frankfurt an. Rund 20 weitere Fluggesellschaften steuern den Flughafen an, vor allem aus Ländern Osteuropas und dem Mittelmeerraum. Nach Bergamo selbst gibt es einen Flughafenbus, den 1-Flugzeug, der örtlichen Verkehrsgesellschaft ETB. Dieser fährt alle 20 bis 30 Minuten zum Bahnhof und dann meist direkt weiter zur Haltestelle Portanova, Innenstadt, Funicolare, Bergbahn zur Oberstadt, und Schieteralter, Oberstadt. Die einfache Fahrkarte kostet 3 Euro und ist für 90 Minuten im gesamten Stadtnetz gültig, auch für die Bergbahn. Außerdem gibt es eine 24-Stunden-Karte für 5 Euro und eine 3-Tages-Karte für 7 Euro. Tickets erhält man am Autostradale-Schalter, am Turismo-Bergamo-Schalter und beim Zeitschriftenhändler, sowie an Ticketautomaten an ausgewählten Haltestellen. Für alle Fluggäste die zwischen dem Flughafen und Mailand pendeln, ist die Fahrt zum Bahnhof Bergamo und von dort mit dem Zug eine Option, da es auf der Autostrada gerade zu Stoßzeiten oft Staus gibt. Ein Taxi in die Innenstadt Bergamo kostet etwa 15 minus 20 Euro. Wer nach Mailand will, kann mit Terravision oder Orio-Shuttle nonstop zum Bahnhof sentral im Stadtzentrum fahren. Die Fahrt dauert 60 Minuten, kostet einfach ab 5 Euro und kann bereits im Internet gebucht werden. Der Bus fährt etwa alle 30 Minuten ab, nachts nicht so oft. Leider gibt es derzeit keine direkte Anbindung an die Mailänder Flughäfen und eine mögliche Verbindung nach Malpiensa ist die Fahrt zum Bahnhof Milano-Sontral. Von dort fährt der Malpiensa-Express zum Flughafen Malpiensa. Mit der Bahn die italienische Staatsbahn verbindet Bergamo mit Mailand, Bahnhof Sentral, Leco und Brescia. Der befindet sich am südlichen Ende der Viale Papa Giovanni 23, der Haupttangente durch die Unterstadt. Da es gerade zu Stoßzeiten oft vorkommt, dass die Autostrada zwischen Bergamo und Mailand verstopft ist, bietet sich der Zug als Transportmittel an. Mobilität Die beiden Stadtteile, die Oberstadt, Citta Alta, und die Unterstadt, Citta Bassa, sind durch den Vial Vittorio Emanuele sowie seit 1887 durch die Standseilbahn der Citta Alta verbunden. Eine zweite Standseilbahn fährt innerhalb der nordwestlichen Oberstadt zum Hügel San Vigilio. Sehenswürdigkeiten Die Altstadt steht unter Denkmalschutz, sie ist vollständig von einer 5 Kilometern langen Stadtmauer umgeben, die seit 2017 unter dem Schutz des UNESCO-Welterbes steht. An der liegen die wichtigsten Gebäude der Altstadt. Das mittelalterliche Rathaus mit dem Stadtturm. Die sogenannte Fiera, ein großes Steingebäude mit 540 Buden, in dem jährlich die berühmte Bartholomeus-Messe abgehalten wird. Die sogenannte Fiera, ein großes Steingebäude mit 540 Buden, in dem jährlich die berühmte Bartholomeus-Messe abgehalten wird. Die sogenannte Fiera, ein großes Steingebäude mit 540 Buden, in dem jährlich die berühmte Bartholomeus-Messe abgehalten wird. Die sogenannte Fiera, ein großes Steingebäude mit 540 Buden, in dem jährlich die berühmte Bartholomeus-Messe abgehalten wird. Die sogenannte Fiera, ein großes Steingebäude mit 540 Buden, in dem jährlich die berühmte Bartholomeus-Messe abgehalten wird. Die sogenannte Fiera, ein großes Steingebäude mit 540 Buden, in dem jährlich die berühmte Bartholomeus-Messe abgehalten wird. Küche Bergamo ist für seine Polenta bekannt. Taleggio ist ein Weichkäse aus einem nahen Bergteil. Die Polenta E.O.C. ist eine Süßspeise, eine Nachbildung, aus Polenta, Marzipan und kleinem Schokoladenvogel, der traditionellen Polenta mit Spitzen, die heute verboten ist. Empfehlenswert ist, sie in einem Restauranthaus gemacht als Nachspeise zu essen. Ausflüge nach San Pellegrino der Arme, um ein Wasser zu trinken und zu baden. Radeln kann man dort auch.